Hallo, lieber Wassermann, herzlich willkommen zu deinem Jahresreading 2024. Ich bin sehr gespannt, was dich erwartet, lieber Wassermann. Lass uns schauen, was hier zu dir kommen möchte für das neue Jahr 2024. Wow, the ever unfolding rose cracked open. It's happening for you, not to you. Wow, lieber Wassermann, was kann ich dir dazu sagen, als dass du in jedem Fall sehr große Öffnungen erfahren wirst. Dass es für dich darum gehen wird, deine Liebe zu teilen. Und was ich bei dir auch spüre, lieber Wassermann, es geht auch um sehr schicksalhafte seelisch-spirituelle Entwicklungen von dir, wo es darum geht, dich zu öffnen gegenüber dem Allganzen. Dein Herz für das Allganze zu öffnen, für den Kosmos, für das Universum. Und mit dem Universum all eins zu sein und zu verschmelzen und darin zu baden, die Unendlichkeit zu spüren. Ja, und somit in der Ewigkeit deines eigenen Seins bei dir anzukommen. Und das ist ein spannender Satz. It's happening for you, not to you. Dass man immer, dass es an deinen Grenzen zerrt oder zupft, dass es wirklich auch eine sehr große seelische Entwicklung ist, die vielleicht deine Psyche oder auch deinen Körper, verbunden auch mit dieser spirituellen Entwicklung, die ja auch dahinter ist, vielleicht ein wenig grenzwertig sein könnte. Doch das ist nicht weiter dramatisch. Du kannst das mehr oder weniger gut halten im Wissen um das, dass du in einem sehr großen Wachstum bist. Dass es auch ein einzigartiges Wachstum ist. Ein wunderschönes Wachstum, weil es darum geht, die ganze Blüte. Deines Seins zu zeigen. Und gell, wie du ja weißt, solche Wachstumsimpulse sind selten einfach, weil das Durchstoßen eines neuen Zweiges in einem Ast oder wenn ein Keimling die Erde durchbricht, es ist anstrengend. Aber es ist auch etwas Wunderwunderschönes. Und so sehe ich, ist es für dich wie eine Geburt auch oder eine Wiedergeburt oder eine vertiefte Öffnung nach oben. Und das ist sehr schön, sehr tiefe spirituelle Entwicklung auch, die ich hier für dich wahrnehme. Und dass du dich ganz vertrauensvoll dem allem hingeben kannst, was dir hier gezeigt wird. Weil es da Liebe entspringt, weil es auch deine Liebe öffnet und heilt und befreit und gedeihen und wachsen lässt. Sehr schöne Entwicklung, lieber Wassermann, sehr schöne Entwicklung, aber auch ein bisschen so, wie soll ich sagen, Uranus-Nussknacker-Energien, die mal Boom machen können und dann wird die Schale wieder weggesprengt, gell? So kommt es mir auch ein bisschen vor. Aber das sollte dir ja nicht allzu fremd sein, nicht wahr? Okay, wir schauen in deinen Hauptimpuls. Page of Pearls. Schau mal die Hasen hier. Lieber Wassermann, ich sehe, dass du auf eine neue Entwicklungsstufe kommst, auf eine andere Entwicklungsstufe. Du hast möglicherweise eine Lebensphase in deinem Leben abgeschlossen und in dieser neuen Lebensphase, in diesem neuen Zyklus, der startet, ist ein neues Lernen für dich angezeigt. Ein Zuhören, ein Beobachten, ein Erspüren, ein Mitgehen dessen, was ist. Und vielleicht hast du auch ein wenig das Gefühl, es könnte dich überfordern oder es wäre zu viel für dich. Aber das eigentlich nur, weil du hier in diesen Energien neu auf der Stufe eines Pagen ankommst. Und Entwicklung geht ja ewig weiter. Das haben wir ja gesehen mit deiner Hauptkarte Ever Unfolding Rose. Und hier geht es für dich darum, in einen neuen Bereich zu kommen, wo du dich ganz und gar wieder neu finden und weiterentwickeln kannst. Wow! Es sind so viele Schichten, die ich hier spüre und wahrnehme, ähnlich wie bei der Rose. Und das ist schön. Es ist auch, ich spüre auch eine große Demut irgendwie in dir, die absolut diese Lernfreude und diesen Lerneifer auch mitbringt. Und auch offen ist, neugierig ist, Neues zu lernen, Neues zu verstehen und zu integrieren. Und das ist sehr gut. Wir schauen mal, was dazu kommt in diesen Energien. Wow! Contact. 3D-Kontakt. Das ist eine Karte, die übrigens außerhalb des klassischen Tarots ist in diesem Kartendeck. Ich lege hier für dich mit dem Wassermann-Tarot. 3D-Kontakt. Interdimensional Beings. Lightwave Activation. Cosmic Downloads. Ja, also du bist ja dieses intergalaktische Wesen, so kommt es mir wirklich fast vor. Und du bist im Kontakt mit dem neuen Bewusstsein, lieber Wassermann. Und dieses neue Bewusstsein, ich meine, als Wassermann-Geborene, Geborener, kennst du das? Wir gehen ja total in die Wassermann-Zeit rein. Gibt es so viele neue Informationen, Botschaften, Energien, Heilungen, down-to-loaden, die zuerst noch verarbeitet werden möchten. Und das ist ein recht anspruchsvoller Prozess. Ich sehe aber, dass du nicht alleine bist, dass du sehr gute Unterstützung und auch sehr gute Führung hast. Aber das, was hier geschieht, ist wirklich schon fast ein wenig ein überirdischer Prozess für dich, lieber Wassermann. Aber es ist auch mega cool und mega spannend, weil du mitunter ein, ja, Hauptspieler bist für die Begründung des neuen Zeitalters. Ja, und auch stark mitarbeitest für den Aufstieg der Erde. Und hier steht ja 3D-Kontakt, dass das auch für dich sehr wichtig ist, hier gut geerdet zu sein, geerdet zu bleiben und gleichzeitig auch in diese hohen Energien reinzugehen. Und diese hohen neuen Energien, die sind neu und die sollen von dir auch richtig verstanden und auch richtig gelernt werden. Also da kommen total viele neue Informationen dazu. Ich meine, dieses Wassermännische ist ja auch das Informationszeitalter, nicht wahr? Und da geschieht enorm viel, ja, also wirklich enorm viel. Und es ist sehr wichtig, immer wieder gut, auch mit dir in Berührung zu sein, dich gut zu erden und trotzdem in diesen abliftenden Energien der neuen Zeit, für die neue Zeit, für die neue Erde auch mitzugehen, lieber Wassermann. Also es ist wirklich ganz genial, grenzgenial, was hier stattfindet. Das haben wir denn hier in deinem Bewusstsein. Ja, also für mich ganz klarer Fall, schau, wunderschön die Karte. Und das hat ganz klar mit den Aufstiegsenergien zu tun, das hat ganz klar mit der Erneuerung der Erde zu tun, der Lebewesen, der Tiere und auch diese Transformation der alten Werte in die neuen Werte. Da bist du schon ein Pionier und läufst mit dem mit und bist auch sehr innovativ. Ich meine, das gehört ja auch zu deinem Naturellen, das ist ja klar. Doch es ist auch ganz klar, dass es hier für dich, umso mehr du dich findest, umso mehr du mit dir in deiner Lebensmission, in deinen Lebensthemen stehst, dass dann dadurch auch andere Menschen, andere Lebewesen angezogen kommen, die genau zu dir passen und es dir auch gleich tun. Und es geht um den Aufbau und die Erneuerung einer neuen Welt, einer neuen Erde, die eben diese alten Energien, die schweren, disharmonischen Energien transzendiert. Und das ist super, ja, also hier findet enorm viel Wachstum statt, enorm viel Aufbau, Aufstieg und ich glaube, es wird sehr arbeitenden Sie für dich, lieber Wassermann, das nächste Jahr, das Jahr 2024. Aber ich sehe wirklich auch, du hast mega tolle Gefährten an deiner Seite, du brauchst da überhaupt nicht Angst zu haben, dass es zu viel sein könnte, außer, dass es neu für dich ist und dass du es lernen musst. Ja, wie immer, wenn man neu in einem Fach ist, aber ansonsten sehe ich, du wirst aufs Beste hin unterstützt, um diesen Aufstiegsprozess der Erde und von dir selbst, deiner Individualisierung voranzutreiben. Ja, ja, hier in deinem Unterbewusstsein, da haben wir jetzt, schau mal, die Korallenbänke. Wunderschön. Acht der Münzen, ja, und hier steht Meisterschaft, Resourcefulness, Gifted. Also das gibt, du hast hier wirklich so viele Talente in dir und es geht wirklich darum, mit diesen Talenten und Gaben, die du hast, in die Welt hinauszugehen. Vielleicht hast du schon sehr lange im Inneren, im Geheimen, im Verborgenen mit dem einen oder mit dem anderen gearbeitet und so möchte nun diese Wertschöpfung, die du in dir trägst, die du vielleicht über Jahre hinweg in dir ausgebildet hast, nun auch nach außen treten. Und sich auch verbinden mit Menschen, die genau so sind wie du auch, wo auch du dich zu Hause fühlst, daheim fühlst, ja, und weißt, oh, das ist ein schöner Platz für mich. Das kann wirklich auch nochmal das Finden und das Zusammenleben und Zusammenarbeiten mit Menschen sein, wo du weißt, ah, das ist jetzt genau das, da fühle ich mich genau richtig, da fühle ich mich genau aufgehoben und es fühlt sich so gut an, ja. Und auch richtig und sinnerfüllt und du kannst auch sehen, was der Nutzen deiner Arbeit ist und nicht nur so ein Abrackern im Alltag, sondern wirklich ein großes Mitgehen mit dem, was ist und das finde ich grandios, ja. Und diese Gaben und Talente, die du hast, da sehe ich und spüre ich auch, deine Seele will das richtig zeigen, sie will das richtig mit dir in die Welt hinaustragen und präsentieren, ja, so wie die Muscheln, die da so überall wunderschön geöffnet sind und ihre Muscheln zeigen, ja. Also, da geht ganz viel auf, also nochmals viel mehr Ressourcen werden sich dir zeigen, auch noch mehr Talente, noch mehr Arbeitsbereiche, die sich öffnen. Vielleicht hast du ja immer nach Schema X gearbeitet und jetzt heißt es plötzlich, wow, schau, was sich hier geöffnet hat, was sich da geöffnet hat. Und du sollst diese neuen Methoden, ja, wenn man dem so sagen kann, wirklich nutzen, um den Aufstieg für dich individuell und dann somit auch für das Kollektiv mitgestalten zu können. Und die wassermännische Energie, die ist ja sowieso auch, steht ja auch für das Kollektiv, für die Öffentlichkeit, das elfte Haus, ja, und beherbergt somit eigentlich auch in jedem Fall den Transformationsprozess, den Transzendierungsprozess des gesamten Kollektivs. Wow, das heißt, auch diese Energien strömen durch dich. Sehr spannend. Aus welchen Energien kommst du denn im 2023? Wow, schau mal, sechster Kelche, wie niedlich. Nostalgia, Quiet Reflection, Inner Child. Ja, vielleicht warst du auch noch sehr mit dir beschäftigt, mit der Heilung deines inneren Kindes oder vielleicht hattest du auch mit einem Baby zu tun oder mit Kindern zu tun. Und warst auch sehr im Behüten des Kindlichen. Und das ist auch ein Talent von dir, die Kinder zu begleiten, die Kinder der neuen Zeit. Und auch das Kindliche in die Welt hinaus zu tragen, weil das so viel Leichtigkeit, Freude, Spiel und Spaß bringt. Und ich sehe auch, dass du einen sehr großen Reinigungsprozess vollzogen hast in der Vergangenheit, der sehr wichtig war, um überhaupt in diese höheren Energien zu kommen und aufzusteigen. Und das ist schön, das wird nun belohnt. Du kommst hier aus diesen Kelchenergien in sehr schaffenskräftige Münzenergien. Die Perlen sind ja die Münzen. Wir haben hier den Pagen der Perlen, die Acht der Perlen, die Drei der Perlen. Also da ist wirklich viel los. Und ich sehe auch, dass es wirklich Kontakte geben wird für dich, die bereichernd sein werden, mit denen du eben hier an diesen Themen arbeiten wirst. Und das ist sehr schön. Ja, ich sehe ein großes arbeitsintensives Jahr für dich, lieber Wassermann. Und du hast auch eine sehr feminine, weiblich, sanftmütige Energie, auch für die Kinder der Erde. Du kannst mit denen sehr gut umgehen und denen das auch geben, was sie brauchen. Ja, sehr spannend. Schauen wir mal auf deine Ängste und Hoffnungen. Wow. Aster Schwerter. Truth, Clarity, Conviction. Hier haben wir den Schwertfisch. Das ist sehr spannend, gell, wie das dargestellt wird. Ja. Was ich hier bei dir ganz klar wahrnehme, ist, dass du in jedem Fall deiner Wahrheit folgen musst. Und gerade weil du mit sehr vielen Energien und Informationen des neuen Zeitalters bestückt wirst, dass du in sehr moderne und zukunftsgerichtete, innovative Pionierarbeit kommen könntest. Ja, und deswegen ist es auch sehr wichtig, mit dieser Dynamik gut und schnell mitgehen zu können und auch immer schön dran zu bleiben. Okay. Und was ich auch sehe für dich ist, bleibe bei dir, bleibe bei deiner Wahrheit, bleibe bei dem, was du wahrnimmst und als richtig und gültig empfindest. Weil, ich kann mir vorstellen, weil diese Entwicklungen so schnell gehen und von sehr großer, innovativer Kraft bestimmt sind in deinem Leben, dort, wo auch immer du bist, was auch immer du tust, ja, ist es sehr wichtig, in deinem Fach, in deinem Gebiet stehen zu bleiben. Es wird sich, also stehen zu bleiben, verstehe mich richtig, es wird sich von alleine fügen, was zu dir gehört und was nicht. Ja, du wirst hier mit Menschen in Verbindungen kommen, die ähnlich wie du arbeiten und wo auch eine fruchtbare Basis entstehen darf. Das ist das, was ich hier für dich wahrnehme. Und es könnte sein, dass vielleicht andere Menschen, weil sie von dieser wahnsinnig schnellen und innovativen Kraft vielleicht nicht so schnell mitgehen können, dass sie sich davon ein wenig abgeschreckt fühlen könnten. Oder, dass sie sagen, ja, du hast dich ja verändert oder du bist ja so anders geworden oder bla 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 bla. Ja, aber das ist einfach so, weil du zu den Ersten gehörst, die hier die neue Zeit und auch die Trendwende einläuten. Und deswegen lass dich nicht verwirren, bleibe bei dir, fühle bei dir immer wieder gut nach, was dir gut tut, was deine Wahrheit ist, wofür du dich entscheiden möchtest und was zu dir gehört und was nicht. Ja, und das Neue, du wirst sehen, es ist leicht, es ist schnell. Das ist das, was ich für dich ganz klar fühle und wahrnehme. Und das Alte, da könntest du irgendwie das Gefühl haben, Mann, ist das langweilig, Mann, ist das alt, Mann, ist das, das ist so schwerfällig. Und die neuen Energien, die sind überhaupt nicht so. Die sind sehr schnell, sehr effizient. Und es kann sein, dass es Menschen eben in deinem Umfeld gibt, die dann irgendwie etwas dagegen haben könnten oder das irgendwie vermeiden, verleugnen oder irgendetwas gar Negatives vielleicht auch sagen oder aussetzen könnten, nur weil sie eben nicht so schnell und mit dieser Kraft und auch mit diesem Bewusstsein so schnell in eine Umsetzung kommen. Du aber schon. Und gerade aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass du dich nicht verwirren lässt durch andere Stimmen. Lass dich nicht ablenken durch andere Stimmen. Bleibe bei dir. Halte für dich deine Linie, deine Treue und schau, was sich entwickelt. Ich glaube nicht, dass du hier jetzt auf Abwege kommen könntest. Das sehe ich nicht, weil du hast das erste Schwerter hier. Im Gegenteil, sondern dass du sehr klar und auch zielgerichtet, zielbewusst weiterhin das verfolgst, was für dich wichtig ist. Oder wo du sowieso mitgehen musst im Rahmen all dieser Prozesse. Wir schauen mal, wie du es denn selber siehst. Wow, the Hermit. Introspection, Contemplation, Soul Searching. Ja. Mein lieber Wassermann, was ich hier spüre ist, du bist auf einem Pfad der Individuation. Das ist ja klar. Mit solchen Grundenergien sowieso. Und gerade auch aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dich gut zu schützen, wie vorhin eben schon erwähnt, bei dir zu sein, bei dir zu bleiben. Ich nehme für dich auch wahr, dass sich für dich alte Mythen öffnen möchten. Altes Wissen aus alten, antiken Kulturen. Vielleicht sogar aus Atlantis und Lemurien, die vielleicht schon ähnlich gearbeitet haben wie du. Und dass dieses Wissen für dich auch gewinnbringend sein wird in diesem Leben, um neue Wege zu öffnen. Auf irgendwelche Art und Weise. Aber dass es auch für dich sehr wichtig ist, mit dir zu sein. Das Alleinesein mit dir zu genießen, um deine Urnatur, diese Essenz deines wirklichen Seins, nicht zu sehr verwässern zu lassen von dem Schwarm. Das ist auch genau das, was ich hier eben wahrgenommen habe. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal, was das da ist. Sind das? Also auf jeden Fall, hier sind ja noch andere Fische. Und dieser Schwarm an Fische, das ist das Massenbewusstsein. Und du und dein Weg, dein Pfad hebt sich ab von diesem Massenbewusstsein, von diesem kollektiven Unbewusstsein. Oder vom kollektiven Alltag. Und gerade auch aus diesem Grund ist es für dich so wichtig, immer wieder auch Inneschau zu halten. Dir auch Nachbedarf Ruhezeiten zu gönnen, damit du aus der Stille, aus der Zurückgezogenheit, was auch immer du tust. Ja, du musst ja nicht nur still da sitzen und meditieren, sondern einfach auch Zeit für dich, fürs Alleinsein, um deinen Themen nachzugehen. Dass das sehr wichtig sein wird, um daraus eben auch kreative Ideen und innovative Lösungen, was auch immer du verrichtest, in die Welt zu tragen. Ja, ich meine, das ist klar, das ist eine sehr typische wassermännische Energie-Pionierarbeit. Und das macht Spaß, das macht Freude und das bringt letztendlich auch allen viel. Ja, und ich nehme auch bei dir wahr, du bist auch jemand, der auch die anderen Menschen mag. Ja, logisch, sonst würdest du hier nicht die Acht der Perlen im Unterbewusstsein haben. Die zeigen auf, du arbeitest gerne mit anderen Menschen zusammen. Du willst auch einen Mehrwert generieren für ein Kollektiv. Für die Korallenbank des Lebens. Und das sind die neuen Werte, das ist das Neue, ja, das ist nicht mehr das Alte. Also, ich glaube, dir etwas zu erzählen, ach, bleiben in der alten Tradition und so weiter, das ist gar nicht deins. Du bist sowieso schon an einem Pool, an einem Ort, wo sehr viel Innovation geschieht. Und auch durch dich geschieht. Durch dein Bewusstsein, durch deinen feinstofflichen Körper, durch den Wandel deines Bewusstseins, was ständig stattfinden muss. Also, das ist hochfrequente Arbeit, die ich hier wahrnehme. Und das ist auch gut so. Und du machst das auch gut und du kannst das auch. Ja, also sehr schön. Und deswegen ist es auch wichtig, dann immer wieder auch Ruhezeiten und Pausen für dich einzubauen, die dir gut tun, um einfach auch mal dem süßen Nichtstun nachzuhängen und auch mal, ja, die Fünfe gerade stehen zu lassen. Was zeigt sich denn gegen Mitte Jahr? Oh, wie schön. Page der Kelche. Ich sehe als erstes Glück. Ich sehe als nächstes Fülle, Freude. Und auch wirklich das Zusammensein, wirklich mit lieben Menschen. Wirklich lieben Menschen, die dir ein tiefes inneres Glücksgefühl beschenken, bescheren. Und auch das Gefühl so von Familien und einem liebevollen Zusammensein mit den Menschen, die wirklich dir gut tun, wo du dich zu Hause fühlst, nebst der gesamten Arbeit, die du hier ja ohnehin schon leistest. Das ist ja richtig, richtig viel los. Aber auch viel Leichtigkeit, Positivität, Unbeschwertheit. Ja, eine Verjüngung vielleicht auch, Erfrischung, dass du dich frisch fühlen darfst. Und, ja, einfach mit lieben Menschen Zeit zu verbringen, mit lieben Menschen zusammenzukommen und auch deine Energien freifließen zu lassen. Ja, dass du hier nichts zurückhalten musst, sondern wirklich mit dem, wie du bist, wer du bist, glücklich sein kannst. Ja, und somit auch mit anderen Menschen, die dich umgeben. Sehr schöne Energie. Gefällt mir. Was kommt denn von außen auf dich zu? Uh, sieben der Stäbe. Conviction, Competition, Protection. Ja, also hier sehe ich ganz klar, das ist das Thema hier auch vom Aster Stäbe, schau gut auf dich und deine Energien. Denn es kann wirklich sein, dass es Situationen gibt, wo du dich klar abgrenzen musst, wo du für deine Werte, für die neuen Werte, für die neuen Informationen im neuen Zeitalter einstehen sollst. Und, gell, das Alte, das Graue, das Schwere, das Böse, das Negative, was auch immer, das ist immer noch da. Ja, das geht nicht einfach von heute auf morgen verloren, aber ich sehe auch, dass du sämtliche Ressourcen an der Hand hast, auch hier mit dem Aster Schwerter, dich gut abzugrenzen. Und gerade weil du ja so leicht bist, du bist auch so ein bisschen ein Fidibus, ja, mit deiner innovativen, frischen Kraft, ist es auch sehr wichtig, dich von dieser schwerfälligen, trägen Masse, die eben auch noch die Tendenz hat, zu verleugnen. Und kollektive Masse ist immer schwerfällig, ist immer zäh, ist unerwacht und dementsprechend ist es auch sehr wichtig, dass du dich dort gut abgrenzt, ja, gut abgrenzt. Ich nehme aber auch wahr, dass du das gut wahrnehmen kannst, was deins ist und was das Äußere ist, aber es ist halt auch so, dass es auch Berührungen gibt, auch an deiner Oberfläche. Und diese Stürme oder auch diese Auseinandersetzungen oder auch, dass man mit Menschen aneinander gerät, die nicht die gleiche Meinung haben, nicht die gleichen Werte haben, andere Anschauungsweisen haben, ist ja völlig normal. Und es geht ja hier nicht darum, irgendjemanden zu missionieren oder irgendjemandem das Hirn zu waschen. Im Gegenteil, ich sehe eher, dass es sogar andere Menschen geben könnte, die zu dir kommen und dir sagen, eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, du bist aber falsch. Ja, deine Wahrnehmung ist falsch oder deine Einschätzung ist falsch und dass es dann auch so ein bisschen zu Verleumdungen kommen könnte. Und gerade aus diesem Grund ist es sehr, 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 sehr wichtig, lieber Wassermann, bleibe bei dir, bleibe bei deiner Wahrheit. Du hast hier die Unterwasserwelt, die gehört dir. Hier, ja, Reichtum und Fülle sind da unendlich vorhanden und grenze dich ganz bewusst und dezidiert ab gegenüber anderen. Und das darf auch sein, man kann es auch anständig sagen und formulieren, ohne dass es jetzt irgendwie komisch wird, gell? Okay, wir schauen mal, was dich erwartet gegen Endejahr, lieber Wassermann. Was kommt da auf dich zu? Wow, Strength, Courage, Fortitude. Also, das ist ja wahnsinnig. Ich sehe dich kraftvoll, schön, integer, weise, sehr bei dir ruhend, ja, wenn du bei dir bleibst. Und ich denke schon, dass dir das gelingen wird. Das habe ich eigentlich gut im Gefühl hier für dich. Und dass du das auch abgrenzen kannst, eben diese Unruhen. Da ist so ein Fischschwarm und da ist dieses Gewitter, das ist normal. Und dass du die Konzentration und den Fokus wirklich bei dir behältst, hier mit dem Eremit. Aber gegen Endejahr wirst du wirklich in eine so große Kraft kommen, in einem Selbstbewusstsein, in deiner eigenen Kompetenz, Selbstkompetenzruhen, dass du das, was immer du zu geben hast, in die Welt hinaustragen wirst. Ich nehme das auch fast schon so ein bisschen so wie eine Meisterenergie wahr. Wo hatten wir denn das schon wieder? Hier, ja. Und dass du wirklich auch Partner, gute Partner an der Seite haben wirst, sei dies in Form von Liebespartnerschaften oder aber auch am Arbeitsplatz oder eben wo auch immer du deine Arbeit verrichtest und verbringst, dass du da ganz gute Menschen an deiner Seite hast, die dich stärken, die dich unterstützen, die mit dir am gleichen Strang ziehen und die auch mit dieser wirklich sehr hochfrequenten, innovativen Energie sehr gut umgehen können. Und auch wie du schnell in den Gedanken sind, ja, nicht irgendwie träge oder schwerfällig, sondern schnell, ja, schnell, innovativ, leicht, jugendlich, frisch, kraftvoll und deine Arbeit verrichtend. Und ich finde das super. Was soll ich dazu sagen? Also, du hast hier eigentlich im Grunde gar keinen Grund zur Sorge. Es wird sich alles genauso zeigen und fügen, wie es für dich bestimmt ist, ja. In Interaktion mit all dem, was dir gegeben wird von oben, was für deine persönliche Entwicklung wichtig sein wird. Also Innovationspool hier, ja. Und auch ein neues Lernen und ein liebevolles Zusammenkommen mit Menschen, die dir gut tun und somit auch ein gesundes Abgrenzen und Nein sagen gegenüber dem, was dir eben nicht gut tut. Okay, die Lektion deiner Seele für das nächste Jahr ist Ja, das ist ganz klar. Ich meine, du bist ein Wassermanngeborener, Wassermanngeborene. Freiheit, das ist einfach dein Naturell. Also dich irgendwie hier unterdrücken zu lassen oder dich einsperren zu lassen, das passt einfach nicht zu dir, ja. Und wir haben hier auch die Tiger abgebildet. Ich glaube, das sind die weißen Tiger. Man sieht es hier nicht so gut. Ja, könnten auch. Ja, ich glaube, es sind eher helle, weiße Tiger. Aber das ist einfach auch etwas ganz Einzigartiges und vielleicht auch in einer hochspezialisierten Nische, was auch immer du machst. Und da arbeitest du. Und das ist wirklich auch mit sehr viel Freiheit für dich verbunden. Und gerade auch deswegen ist es sehr wichtig, dich hier nicht irgendwie im Geiste vernebeln zu lassen von Energien, Informationen, Menschen, Situationen, die dir nicht gut tun und sich beirren lassen wollen, gell. Das ist leider immer so, dass es Menschen gibt, die dann neidisch sind oder einem irgendetwas absprechen wollen, nur weil es neu ist oder anders ist. Auf der Unterseite des Texts haben wir hier noch Night of Pearls. Methodisch, traditionell, weiß um den Sinn. Ja, hier zeigt es auch ein bisschen an, dass du vielleicht auch strukturiert in diesen Prozessen bist, dass es auch gut geerdet ist und dass es auch gut verankert wird, dass es einen stabilen Aufbau gibt im Rahmen deiner Arbeit. Und mit Arbeit meine ich eigentlich alles. Ja, auch der Ever-Unfolding Rose, die Entwicklung, dass es nicht irgendwie nur geistig Flatterhaftes ist, sondern wirklich auch auf stabilem Grund fußend. Und hier haben wir Universal Laws, Karma, Dharma, the Rule of Three. Also es zeigt mir hier auch an, dass für dich auch etwas Höheres bestimmt ist und dass deine Seele auch diese höhere Mission annehmen wird. Und hier haben wir noch Collective Consciousness, Coming Together, Using Your Voice. Also wunderschöne Energien, dass du auf jeden Fall mit den richtigen Menschen zusammengeführt wirst, zusammenkommst, um deine Arbeit an der Korallenbank des Lebens zu verrichten. Und die Korallenbank des Lebens ist der Ort, wo die höchste Glücksschmiede und höchste Wertschöpfung für unser Zusammensein in der Menschheit bestimmt ist. Ja, und nicht irgendwie sonst wo. Okay, lieber Wassermann, ich wünsche dir ein ganz gutes Jahr 2024. Viel Innovationskraft, viel frische und positiver Freiheitsdrang. Und ja, lass es geschehen, was auch immer mit dir geschehen möchte. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss!